Das ist Familie Meier. Sie betreibt einen Campingplatz und will die Stromversorgung erneuern. Eine vielversprechende Lösung sieht Herr Meier auf einem benachbarten Campingplatz, welcher die Produkte der Firma Edelbox einsetzt. Familie Meier nimmt mit Edelbox Kontakt auf und wird hier freundlich und kompetent beraten. Den Meiers wird eine individuelle Lösung vorgestellt, die speziell auf ihren Campingplatz zugeschnitten ist. Die hochwertigen Produkte der Firma Edelbox überzeugen Familie Meier. Sie entscheiden sich für die eleganten, nachhaltigen und innovativen Energiesäulen aus Edelstahl. Hier stimmt natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Campingplatzbetreiber sind happy und erleichtert, die perfekten Produkte gefunden zu haben. Jetzt kann die neue Campingsaison beginnen.